hallo meine freunde und herzlich willkommen bei ghost tv schön dass ihr wieder vorbei geschaut habt heute noch mal mit einem update zum thema aufbewahrung von waffen und munition eines unserer community mitglieder der andreas hat mich da auf einen punkt beziehungsweise auf zwei punkte aufmerksam gemacht die hier noch mal mit euch besprechen wollte zum einen haben wir da die geschichte mit der verankerung der schränke und zum zweiten die geschichte mit dem schlüssel da hatte andreas also auch wieder völlig recht das ist ein mysterium ich bin da nicht weiter darauf eingegangen weil für mich ist mittlerweile völlig klar aber bevor es da noch mal zu missverständnissen kommt wollen wir das hier noch mal besprechen also fangen wir mit den schränken an in dem video konntet ihr sehen in meinem ersten video zu dem thema dass wir zum einen schränke egal ob jetzt der sicherheitsstufe 0 oder 1 haben die bis 200 kilogramm und über 200 kilogramm wiegen können also da gibt es eben die regelung natürlich können die auch andere gewichte haben aber das gesetz trennt da die kategorien unter 200 und über 200 kilogramm und ich habe euch gesagt dass schränke unter 200 kilogramm mit einem dementsprechenden abreißgewicht von dann insgesamt 200 kilogramm montiert werden müssen also verschraubt werden in der wand verankert werden soll andreas hatte da völlig recht im waffengesetz werdet ihr keinen einzigen passus davon finden allerdings aus meiner eigenen erfahrung heraus gibt es mittlerweile extrem viele behördenvertreter die darauf bestehen natürlich habt ihr die möglichkeit dagegen rechtlich vorzugehen und euch darüber zu beschweren dass sonst schrank nicht zusätzlich verschraubt werden muss als beispiel der wiegt 150 kilo und ihr müsstet noch mal ein zusätzliches abreißgewicht von 50 kilogramm generieren durch die entsprechende verankerung in der wand nur inwieweit das sinnig ist sich gegen sowas zu beschweren wenn der behördenvertreter dann darauf besteht das ist mehr als fraglich deshalb steht für mich eigentlich immer fest ergänzend zum waffengesetz dass dieses zusätzliche abreißgewicht auch tatsächlich existieren sollte wenn der schrank unter 200 kilogramm liegt wie ihr das handhabt das ist natürlich in letzter instanz eure sache und eure entscheidung wobei ich das problem nicht so groß sehe da mal eben noch eine schraube reinzudrehen wobei es ist auch fraglich ob im nachgang wenn es wirklich zu einem diebstahl kommen würde zu einem einbruch der tresor aus der wand gerissen würde ob da noch jemand in der lage ist festzustellen anhand des lochs was war da vorfinden würden wie hoch das abreißgewicht denn tatsächlich war das aber nur so als ergänzende information ihr müsst den schrank laut gesetz nicht verschrauben allerdings solltet ihr es tun damit ihr da mit eurem behördenvertreter nicht direkt am anfang bei eurer ersten beantragung und bei der meldung des tresors schon probleme bekommt oder unstimmigkeiten auftauchen denn eins müsst ihr nach wie vor immer bedenken dieser behördenvertreter der da sitzt der entscheidet letztendlich über eure waffenrechtliche zukunft und der kann euch das leben schon schwer machen wenn er will und manche sachen sind einfach unnötig der zweite punkt den wir hatten das ist der schlüssel da gibt es also tatsächlich so ein mysterium so ein ganz eigenartiges vorurteil und ein völlig eigenartiger mythos der da kursiert nämlich dass wenn ich ein tresor der sicherheitsstufe 1 habe mit einem schlüssel dass der schlüssel der aufbewahrungsort also das behältnis in dem ich diesen schlüssel der sicherheitsstufe 1 verwahre das gleiche die gleiche sicherheitsstufe haben sollte nämlich auch die sicherheitsstufe 1 dasselbe gilt natürlich wenn ich einen schrank der sicherheitsstufe 0 habt ja dann gibt es leute die sagen nein nein du musst dann auch den schlüssel in einem behältnis aufbewahren was dieselbe sicherheitsstufe hat nämlich auch 0 in diesem beispiel das ist natürlich völliger blödsinn weil wie wollt ihr das gewährleisten ihr kauft euch ein tresor sicherheitsstufe 1 den kleinen schlüssel packte in einen schlüssel tresor in einen anderen tresor was auch immer ebenfalls der sicherheitsstufe 1 dann stellt sich die frage wo pack ich denn diesen schlüssel des verschlussbehältnisses hin der müsste dann ja wieder in ein behältnis der sicherheitsstufe 1 ja und so geht das ganze endlos weiter macht also von vorne hinten keinen sinn den schlüssel von eurem tresor wenn ihr dann ein tresor mit schlüssel wählt den könnt ihr in einen normalen schlüssel tresor packen in eine abgeschlossene schreibtischschublade ihr könnt euch den um den hals hängen das ist völlig egal er darf nur nicht öffentlich irgendwo in der wohnung oder am besten noch neben dem waffentresor hängen dann habt ein problem ja also lasst euch da auch nichts erzählen ihr müsst für den schlüssel eures tresors nicht dasselbe behältnis mit der gleichen sicherheitsstufe haben wie euer tresor hat ja das ist also völliger blödsinn ja das nur ganz kurz zur ergänzung vielen vielen dank nochmal an andreas für den hinweis ja ich finde das also wirklich gut wenn ihr als community mich auch auf solche sachen mal hinweist weil im laufe der zeit wird man unter umständen auch schon mal betriebsfremd obwohl man jeden tag mit dem thema zu tun hat aber ihr habt ja hier gesehen es gibt viele punkte oder einige punkte die sind für mich mittlerweile selbstverständlich man sollte dann auch wirklich mal darüber sprechen und für den einen oder anderen denke ich mal wird das ganze noch mal ganz hilfreich sein und ansonsten hoffe ich dass ihr die information wieder mal gebrauchen konnte dass euch das video einigermaßen gefallen hat wobei spektakulär war es heute nicht er sollte auch eigentlich eine kleine ergänzung sein also nichts wildes ja und ansonsten wie gesagt folgt uns auf instagram und guckt man unseren discord vorbei die beschreibung dazu findet ihr wieder unten in der video beschreibung und noch mal vielen lieben dank an andreas für den hinweis und ja macht wie andreas schickt mir eure meinung schreibt in die kommentare wenn irgendwelche sachen unklar sind oder wenn ihr verbesserungsvorschläge habt na da freue ich mich also echt drüber und ansonsten hoffe ich wir sehen uns beim nächsten video wieder bis dahin bleibt gesund passt auf euch auf ciao ciao